Erstsemesterbegrüßung am Standort Göppingen. Nach ersten Infos und Grußworten vom Studiendekan und dem Göppinger Oberbürgermeister Mayer und auch dieses Mal gab es wieder vom VWI, Verband Deutscher Wirtschaftsingenieurinnen und Ingenieure, freie Getränke und Leckeres vom Grill. Und es gab genug Zeit zum lockeren Austausch. Beim F-Tag Esslingen konnte man seine Flugfähigkeiten im Simulator testen. Neu am Campus Göppingen der U-Stall. Hier messen sich international Projektgruppen mit ihren Miniatur-U-Booten.